Guten Abend miteinander. Bei Coop gibt es jetzt ein grosses Angebot an frischen, knackigen Saläten. Gerade das richtige zum leichten Sommernacht oder als passende Beilage zu einer Grillade. Saläte haben ja viele wertvolle Mineralien und Vitamine, aber wenig Kalorien. Kopfsalat z.B. nur 15 und Gurken sogar nur 10 Kalorien pro 100 Gramm. Aber achten Sie darauf, dass Sie das Ganze nicht wieder mit einer schweren Salatsauce ausgleichen. Kressi-Essig mit einem runden, würzigen Kräuterbouquet ist mild und bekömmlich. Für italienische Soße, Vinaigrette oder besonders aromatische Saläte gibt es von Bicanta den richtigen Essig. Die Salad-Creme vom Eschbach ist eine fix fertige Salatsauce mit 50% weniger Kalorien. Die Soße Majorette, die besonders leichte aus der praktischen Taube, gibt es natürlich auch bei Coop. Und die Herdmix-Würzmischungen von Knorr, die geben Ihrer Salatsauce den richtigen Pfiff. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Fantasie beim Komponieren von Ihren Salatkombinationen. Und jetzt beachten Sie bitte noch die Sonderangebote dieser Woche. Zum Anfang die aktuelle Preisschläge. Bei Coop gibt es verschiedene Plastik-Haushaltartikel zu besonders günstigen Preisen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Tauben Tomisenf statt 3,30 nur 2,50. 1 Kilo tiefgekühlte Goldstab-Pomfritte statt 4,30 für nur 3,40. 2 Grill-Kalbsbrotwürste nur 2,70. Französische Frischkäse Saint-Mouret-Nature statt 3,10 nur 2,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Flasche Coop-Sonnenblumenöl statt 4,30 nur 3,80. Inländische Tomaten per Kilo nur 1,90. Auf Wiedersehen!